warning this track is performed by professionals so for your safety and the protection of those around you do not try this at home so das waren die trades gehen wir mal jetzt weiter hier in die runde rein und da bin ich jetzt relativ zufrieden mit was möchte ich noch weitermachen das zweitwichtigste waren jetzt talente also talente eine flammenmache möchten kriegsgott vertragen rocky könnte eine flammenmache oder eine steiner vertragen sasquatchen steinhaut lady leo 5 erquicken ronen vielleicht noch ein zweiter mit verbrennen schauen wir mal das sind alles so sachen ja so ich habe noch neun karten leider muss ich sie verballern also haben wir sie jetzt rein und natürlich kommt auch nicht so viel für ein ist jetzt nicht so das war ja so wie viel games haben wir denn jetzt noch 85.000 ok gut einfach mal los wechseln ein einzelne einschärfen klingt ich soll ja nicht immer so viel rum kommentieren also kommen wir es jetzt tatsächlich mal durch selbst ein vierer talent mit mir wirklich nicht viel himmelstaunt nach ist aber habe schon aufs quatsch bringt nichts also noch nicht so fünfer wiederbeleben meine Fresse so das ersetze ich jetzt erstmal auf Waller weil ich finde tatsächlich da nicht mehr meine wiederbeleben Brune sparen so 85, 75k Games Leute, wir können die nächsten Kisten öffnen, immer Kisten es werden immer Kisten parallel geöffnet, weil ich keinen Bock habe immer das gleiche zu machen, 8 Kisten, super nein, los, komm, go on, ey, komm on braucht doch keine Sau und dann haben wir 300 ey, nur on unklar, total unklar Edelsteine geht ja immer noch boah, komm, ey boah, war das schlecht war das schlecht war das schlecht Mann, 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 Mann so, Fähigkeit wir wechseln wir rollen einfach mal das ist ein Dreierleuchten okay, Dreierleuchten nehme ich immer gerne für irgendwelche Machtpusher Helden, um hier was hochzuziehen aber, das ist mir auf Sasquatch inzwischen echt lieber als irgendeinen anderen Krempel einzahlen, ist ja nice aber ne, davon eine Flammenmache, eine 5er, das wäre doch nice Dreier-Slow habe ich alles als Rune ist tatsächlich wirklich alles nicht so richtig so Vierer schärfen nein, brauche ich alles nicht Leute, ne Dreierflammenmache jetzt brauchen wir nur ne Fünferflammenmache Vierer erleuchten okay das ist schon mal gar nicht so verkehrt auf wen will ich es denn haben am besten auf nem neuen Helden, wa ich hab ja einige erleuchten Helden ihr seht es ähm gut dann boah, 66 Kano noch alter Feind das ist echt ähm das ist bitter so gut wenn wir so ein Viererleuchten rumliegen haben dann werde ich schnell mal ein bisschen hier mein Lagerhaus räumen und will sehen dass ich vielleicht hier noch ähm einen guten neuen Helm bekomme das wäre tatsächlich echt nice so man wo sind jetzt hier die 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 so so haben wir noch irgendwo was so naja hier Rockno der kommt bei mir oft alle wünschen sich ein Rockno toll 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 meiner ist fertig ich freue mich nicht so sehr über den Rockno muss ich gestehen über eine Candy Cane schon gar nicht die habe ich auch hunderttausendmal rumzuliegen und ihr seht die Gems gehen hier runter die Gems gehen hier runter es ist nicht so richtig was dabei nein 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 alles nichts dabei so machen wir weiter machen wir weiter so acht Kisten wieder öffnen guck mal mal was drinne ist so 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 krass ein Arktiker erhalten hammerhart da ist ja wieder einer mehr irre irre immerhin ich sag's ja kommt doch mal was raus ein Skelettiker könnte auch mal rauskommen wahrscheinlich werde ich tatsächlich doch noch hier alles verbraten es kann echt nicht wahr sein und dauernd zweiter Rumpunk gut es war ein Arktiker dabei irre echt irre nee Helden wollen wir jetzt nicht anwärmen ähm nein ich kann's nicht wegtun ich kann das Vierer Erleuchten nicht wegtun das geht nicht ich kann es nicht tun und oh und dann auch Triant ey oh und Santa mal Leute läuft hier bei ihm ne Lady Boom und Pixie vor ner Weile hätte ich mich über Lady Boom tatsächlich noch Snowy ey es kommt auf jeden Fall bisschen was hier aber wow bam so also mach was du willst gut in dem Fall geht ein Vierer Erleuchten auf einen Machtpusher so welchen Machtpusher nehme ich da einfach ich hatte hier mal einen mit nem tödlichen Treffer ist mir tatsächlich echt zu schade war den tödlichen Treffer hier wegzuhauen irgend so ein Machtpusher für mal Slow äh für mal Sprint ist total unsinnig so warum setze ich den jetzt darauf natürlich um einfach hier nur die Bücher abzufahren so walla walla du bist immer noch derjenige der hier tatsächlich ein neues Talent braucht und ihr seht die Gems gehen echt runter und es passiert hier nichts so richtig von dem was ich will das ist echt richtig schade Vierer Wiederleben Oh mein Gott Vierer Erquicken Mann hätte es nicht ein Fünfer sein können Boom da ist ein Fünfer Erquicken Nice okay da kam tatsächlich mal was raus so also Fünfer Erquicken ist tatsächlich echt gut als Rune die hier spiele ich im Lost Battlefield Team da werden Fünfer Erquicken richtig 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 gut mein Baum braucht kein Fünfer Erquicken alles andere wird als Rune mehr oder weniger gespielt Lady Boom Kürbis Hexe hat ein Fünfer Erquicken gibt es irgendeinen Held wo man einen echten Fünfer Erquicken tatsächlich gut bräuchte ja man könnte sich einen Fünfer Erquicken PD bauen aber das empfinde ich immer persönlich so als totalen Luxus ich mache es auf Lady Boom da soll es tatsächlich hin jawohl 44k nur noch Leute wie viele haben wir ausgegeben ey Wahnsinn ist ein Wahnsinn 44k 55k habe ich schon ausgegeben krass Gratulation dass man davon noch gratuliert wird ja ey ist nicht der Ernst echt nicht der Ernst ich werde verrückt ey da ist er ich kriege die Krise boah krass boah ich bin baff alter Feind Skelettiger im Ausgeben Event boah ich kriege die Krise ich kriege die Krise das hätte ich nie gedacht ich hätte es nie gedacht das ist ja der totale Wahnsinn boah Leute es tut mir leid ich muss ein Screenshot machen ich muss etwas muss ich fotografieren das muss ich fotografieren alles klar und gleich mal in die Gruppe stellen ey tut mir leid dass es jetzt mit dem Video nicht weiter geht aber boah das hätte ich mir nie gedacht das hätte ich nie gedacht ey dass das funktioniert alter Feind krass nur krass es ist nur krass Leute ich habe jetzt nicht auf Skelettiger hingecasht überhaupt nicht ich habe mir die drei große Pakete gekauft für 80 sind 240 Euro quatsch man 80 3 mal 80 sind 24 also knapp 240 Euro und dann nochmal zwei kleinere Pakete im Urlaub um diese Runden dazu bekommen und sind dann nochmal nochmal 80 Euro 240 also knapp 320 und dann kam noch ein bisschen kam noch ein bisschen YouTube Partnerschaft mit Games dazu ja also ich habe jetzt nicht 3000 Euro für Skelettiger ausgegeben echt nicht das wäre es auch mir nicht wert ich wollte einfach die Runden haben geil geil ich kriege die Krise boah ich bin baff jetzt bin ich baff aber so richtig Leute so richtig ich muss Skelettiger jetzt öffnen ja klar geht gar nicht anders so jetzt muss ich erst mal ein paar Helden verfüttern Snowy ja mein Snowy der kann hinten weg der kann weg Alter ich kriege die Krise ey ich kriege die Krise es ist der Hammer tut mir jetzt leid Leute jetzt muss ich ein bisschen ich muss jetzt ein bisschen hier ah ja hier vorne Snowy wo ist dieser kleinen Snowy ist er hier nicht warum ist er hier nicht ja weil er Runden drauf hat ey ey ich bin baff Leute ich bin total baff das kann alles nicht wahr sein ich muss ihn öffnen ey er muss sehen was drin ist auf jeden Fall oh hab ich Puls Leute hab ich einen Puls wie gut dass ich die ganzen ähm wie gut dass ich die ganzen Splitter und den ganzen Krempel aufgehoben habe ey Wahnsinn es kann nicht wahr sein so wo bist du mit einer Steinhaut na zweier Steinhaut na immerhin leute damit hab ich nie gerechnet niemals hätte ich damit gerechnet es ist der wahnsinn boom shakalaka boom wahnsinn irre also das freut mich jetzt tatsächlich echt zumal ich nicht mal hin gecast habe darauf wahnsinn so jetzt was machen wir jetzt ich kenne ich mache jetzt noch wie 4k in helden rein und dann ist es gut dann habe ich ich habe neue hellen und dann ist es okay ich baue den da ein und der rest apathene hin oder her ist mir jetzt egal wer guckt es kommt auch nur noch blau ja die hätte ich tatsächlich gerne gehabt parla ist okay so ein euro machen wir noch wir wollen es echt nicht über ich will es nicht übertreiben ich habe skelettiger bekommen und bin völlig zufrieden damit ganz ehrlich das ist erst mal neues projekt absolut absolut so da könnte man tatsächlich noch mal ihre raushauen um eins zu erleuchten ist mir tatsächlich jetzt erstmal lieber als die steinhaut wahnsinn leute das ist der totale wahnsinn gut vierer slow habe ich als ohne brauche ich zwei oder dreimal so noch 5k warum drücke ich jetzt hier drauf man das war doch völlig falsch leute das war jetzt völlig falsch ich bin durch den wind ich bin echt durch den wind es ist der hammer es ist der hammer so 35k also gut vierer schwerer schlag nein eine ungefähr 5 mal klinik nur fünf mal kliniker meine nülle Ey, ich hab ein Skelettika gekriegt. Das gibt's nicht, ey. Das gibt's echt nicht, Leute. Diese Talent-Rolls. Diese Talent-Rolls sind der größte Rott. So, also drei Stück noch. Eins, zwei, bam. Jetzt ist Schluss. Alter, ich hab 70K ausgegeben. Ja, 70K. So. Acht Kisten hab ich noch. Gut, die mach ich jetzt noch auf. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Das sind noch ein paar Elektriker, die in Stein und der Laden ist in Ordnung. Ich krieg die Krise. Ey, Leute, das ist mal ein Roll, sag ich euch. Irre. So, die letzten zwei Kisten. 200 Später. So. Das war's. Ich habe 72.600 Gems ausgegeben heute. Was hab ich gemacht? Von meiner Liste. Was kann ich streichen? Also. Für 76.000 Gems haben wir die Valatrades, Rocknutrades, SK-Trades verbessert. Was haben wir nicht getan? Irgendein sinnvolles Talent. Doch, das von Lady Boom. Können wir einen Haken dran machen? Haben wir geschafft. Neue Helden wie Athene, Espirita, Setsquatch, Tessau, Ronin ist nicht gekommen. Darf er einen Skelettiger bekommen? Und Edelsteine, hier Seelensteine noch, ja. Zwei Talente haben wir nicht gerollt. So, Leute. Jetzt ist einfach Schluss bei mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe jetzt eine Menge zu tun mit dem Skelettiger. Leute, mach das gut. Hau da rein. Und wer Bock hat zum Rollen, bitte einfach Bescheid sagen. Meldet euch bei Lion, bei mir, Meteor77 CC und dann kriegen wir was hin. Das Ausgeben-Event geht lange.